Für die Vorarlberger Oppositionsparteien SPÖ und NEOS stand am Dienstag jedenfalls fest, dass Landeshauptmann Wallner gehen muss. Und das noch heute. Denn Gerätetausch als Routine zu bezeichnen sei dreist. Wallner Versuche, die Menschen in Vorarlberg für dumm zu verkaufen, hielten sie unabhängig voneinander fest. Der Vorfall reihe sich in eine Vielzahl an Skandalen ein, die Wallner und die Vorarlberger Volkspartei derzeit am laufenden Band produzierten. Der Landeshauptmann, der einen Rücktritt bisher scharf abgelehnt hat, muss sich darüber hinaus am Mittwoch im Landtag einem Misstrauensantrag stellen. Diesen hat die Opposition FPÖ, SPÖ und NEOS vor zwei Wochen eingebracht. Einem Bericht der Vorarlberger Nachrichten zufolge ist das Abstimmungsverhalten der Grünen, die seit 2014 eine Koalition mit der ÖVP bilden, noch nicht klar. Das ist eine Entscheidung des Landtags, sagte Grünen-Chef Zadra zu APA. Allerdings dürfte unabhängig davon keine Mehrheit für den Misstrauensantrag zustande kommen. Der parteiunabhängige Abgeordnete Thomas Hopfner hat bereits erklärt, den Misstrauensantrag nicht zu unterstützen. Die Opposition würde damit auf nicht mehr als 18 von 36 Stimmen kommen. Sollten die Grünen allerdings Wallner tatsächlich das Vertrauen entziehen, würde das wohl das Ende der schwarz-grünen Regierungsarbeit bedeuten. Und auch im ÖVP-Korruptionsausschuss in Wien waren die Vorgänge in Vorarlberg am Dienstag Thema. Während die Opposition nicht glauben will, dass es sich dabei um einen Routineakt gehandelt habe, sah ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger einen ganz normalen Vorgang. Dies passiere in Landesregierungen sehr oft. Auch er, Hanger, lösche seine Daten laufend. Kritik übte er daran, dass die Information der Vorerhebungen der WKStA zu Wallner den Weg an die Medien gefunden habe. Verantwortlich dafür sind Hanger zufolge die Grünen. Nachweislich seien nämlich die die einzigen gewesen, die Zwischenlieferungen der Akten und deren Erscheinen in den Medien Einsicht genommen hätten. David Stöckmüller von den Grünen wollte diese Mutmaßung nicht kommentieren. Für NEOS-Fraktionsführerin Stefanie Krisper seien die Vorgänge alles andere als üblich. Wenn die Kommunikation beruflich ist, ist das nicht zu löschen. Beruflich ist beruflich. In die gleiche Kerbe schlug auch SPÖ-Fraktionsführer Jan Kreiner. Es sollte in Österreich nicht üblich sein, dass Politiker ihre Daten schreddern, weil sie Angst haben, in politische Schwierigkeiten zu kommen, wenn die Daten an die Öffentlichkeit gelangen. Auf Bundesebene wäre das nicht möglich.